Der hält nicht mal mit der Schildkröte mit! Hey du, halt mal! Nur weil du da drüben bist, heißt das nicht, dass ich dich nicht erwischen kann! Da ist sie! Erledigt sie! Kein Schritt mehr! Sie ist nicht hier! Geht's! 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 Das war's für heute. Ah! 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 Ignoriert diesen Trottel der ihr folgt! Wir wollen... Ah! 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 Ich prügel die Scheiße auf dir raus! Ah! 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 Alter drüben! Agnes, ist alles in Ordnung, Liebes? Natürlich. Warum auch nicht? Dir ist eine ganze Gang auf den Fersen. Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Was ist going on? Ah! Huh? ... ... Du bist nicht in Ordnung! Ja. Vom Held! Lachen! Ich soll dafür, dass sie nicht davon kommen! Look! Fпа! Vom Held! Du as in Ordnung! Oh! Oh! Still kind of well, meh! Good on ya! Das ist der Kinepresel! Ja! Schau mir deinen Kopf! Schau mir deinen Kopf! Schau mir deinen Kopf! Schau mir deinen Kopf! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh!